Ich möchte jetzt zeigen, wie man Abstände zwischen Absätzen verändern kann. Man sieht hier die Absätze. Der Absatz wird hier begrenzt mit diesem sogenannten Absatzzeichen. Das kann man sich hier so einblenden lassen. Und man kann den Abstand hier verändern. Die Größe jetzt hier mal hier aufhören, dass man es hier besser noch sehen kann. Indem ich in den Absatz hineingehe, dann auf Format Absatz, wie ich hier diesen Weg wähle. Und dann kann ich hier den Abstand über und nach dem Absatz verändern. Also ich sage, nach jedem Absatz kommt ein halber Zentimeter. Klicke auf OK und sieht man, dass sich hier dieser Abstand dann dementsprechend verändert hat.